Das sind die einfach nur. Hey du Hübscher. Du bist echt ein Hübscher. Ich war vier Tage bei meinen Eltern. Und danach hüpft die immer erstmal rum. Und dann muss sie mit dir wieder langen Spazier gehen und dann ist sie wieder kaputt oder? Ja, ja. Dauert nicht. Nur noch Klatsch. Und dann sehe ich sie nach Hause. Ich brauche das. Wir sind gefaselt worden. Leonie! Lesbeth! Von deiner Mutter oder wie? Von deinen Eltern? Nee, nee. Ich war sogar...